Die DRV-News vom 19. April 2024. Gesetzesvorlage für neuen THC-Grenzwert geleakt. Cannabis-Gesetzänderung macht CSCs das Leben schwerer. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arwei Medical und Dirksgroßhop. Herzlich willkommen bei den DRV-News. Wir haben tierisch viel zu tun, gerade an allen möglichen Fronten. Und der Nächste, der mir erzählt, weil man von uns an einzelnen Punkten jetzt noch nicht sofort so schnell Sachen hört, wie wir selber gerne hätten, dass wir reagieren würden und dann sagt, wir würden uns ja ausruhen und nur chillen und wir sollen nochmal ähnlich arbeiten, dem stecke ich persönlich in China-Kacher in den Allerwertesten. Außerdem haben wir auch noch jede Menge Nachrichten. Wenn ich jetzt ein Auslandskorrespondent bei der Tagesschau wäre, würde ich jetzt im Interview ein bisschen verzweifelt gucken und sagen, es gibt eine dynamische Nachrichtenlage und irgendwie bin ich total wirr im Kopf und kann gar nicht sagen, ob jetzt meine Aussage hier in fünf Minuten noch irgendwie aktuell ist. Also das hier ist ein Schlaglicht mal wieder auf unsere Arbeit, auf den jetzigen Stand der Dinge und der Recherche und so weiter. Ihr werdet gleich sehen, wovor ich rede. Nutzt auch gerne die Sprungmarken wieder mal zu den verschiedenen Themen, wenn euch irgendwelche einzelnen Themen nicht so interessieren wie andere, damit ihr nicht die ganzen News gucken müsst und furchtbar viel Zeit verballert, wenn ihr das nicht wollt. Eine Frage, die ich in Vorbemerkungen noch klären möchte, aufgrund vieler Nachfragen hat Martin gesagt, soll ich machen. Warum ist im Hintergrund auf unserer Weltkarte Deutschland jetzt nicht grün, nachdem das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist? Ja, weil wir da auf dieser Karte die legalisierte Weltbevölkerung zählen. Denn die Länder, in denen Cannabis wirklich legalisiert worden ist, und das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben ja eine weitgehende Entkriminalisierung erreicht von Cannabis, wo die Konsumenten in Ruhe gelassen werden, wo sie anbauen dürfen, wo sie gemeinsam anbauen dürfen im Verein. Aber es ist nicht legal. Eine Ware, die ich nicht verkaufen darf, die ich nicht kaufen darf, irgendwo vernünftig, ist nicht legal. Deswegen zeigen wir nur hinten die Länder, in denen das zumindest beschlossen worden ist, auch wenn es vielleicht teilweise noch nicht ganz aufgeschlagen ist, auf der Straße sozusagen, sondern noch in Planung ist. Aber da, wo eine Volksabstimmung gemacht worden ist, wo ein Gesetz verabschiedet worden ist, für eine vollständige Regulierung des Marktes, das sind die grünen Länder und nichts anderes. Das ist auch unser Ziel als Handverband, eine vollständige Regulierung des Cannabis-Marktes in Deutschland. Und wenn wir das erreicht haben, machen wir Deutschland grün. Vorher nicht. Und sonst würden wir auch in Teufelsküche kommen, weil wenn wir Entkriminalisierung da irgendwie mit einrechnen würden, dann hätten wir Riesendefinitionsprobleme. Dann hätten wir auch Deutschland schon lange unter Merkel und so weiter auch Grün einfärben müssen, weil auch da ja schon eine gewisse Form der Entkriminalisierung galt, mit der Einstellung der Strafverfahren bei geringer Menge, zumindest der meisten Strafverfahren bei Ersttätern, bei Erwachsenen und so weiter. Ja, wo soll man da anfangen und aufhören? Wir zählen nur richtige Legalisierung und sonst nichts und fertig, aus. Dann habe ich ja letzte Woche aufgerufen, uns Fälle zu melden wegen Prozessunterstützung. Ja, wir sind drauf und dran, sind bereit, Fälle, die eindeutig irgendwie oder einigermaßen klar gegen das Cannabis-Gesetz verstoßen, also Verfolgungsfälle, die gegen das Cannabis-Gesetz verstoßen oder wo das Cannabis-Gesetz unterschiedlich interpretiert werden kann, uns zu melden. Letzte Woche habe ich nur gesagt, meldet uns Fälle, wenn ihr ein Bußgeld wegen Konsum an der falschen Stelle bekommen habt und selber sagt, ich habe gar nicht in Sichtweite vom Eingang einer entsprechenden Einrichtung konsumiert, sondern irgendwo anders, zum Beispiel im 100-Meter-Umkreis, aber es war gar keine Sichtachse gegeben. Der Aufruf gilt weiterhin, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, sind auch noch nicht so furchtbar viele Fälle, nach wie vor nicht, nach Medienberichten von Leuten, denen das passiert ist, aber trotzdem kommen ja laufend welche dazu. Und wenn ihr sagt, also ich war nicht in Sichtweite vom Eingang von irgendwas, vielleicht noch ein Foto davon dazu, meldet uns den Fall. Wir gucken, wie wir eure Verteidigung organisieren können. Da wollen wir gerne ein paar Grundsatzurteile mal zu haben. Und das gilt auch für andere Punkte, wenn ihr sagt, also hier sehe ich mich eindeutig falsch behandelt sozusagen nach dem Cannabis-Gesetz oder hier ist ein offener Punkt, der gar nicht geklärt ist, den will ich gerne geklärt haben und da sehe ich Chancen. Meldet euch, dann gucken wir mal, ob wir das auch so sehen, ob wir euch unterstützen können. Ganz konkret, ein Fall jetzt zum Beispiel für diese Woche, Stecklingseinfuhr von Österreich nach Bayern. Ich komme gleich zum Thema Stecklinge und Hanfsamen nochmal extra, aber in dem Fall sagen wir, die Einfuhr von Stecklingen aus Österreich nach Deutschland ist legal gewesen. Und wenn ihr diejenigen seid, die da betroffen sind, betroffen wart, meldet euch. Oder wenn ihr andere seid, die dasselbe erlebt haben, Stecklinge eingeführt oder auch nur besessen in Deutschland. Einfach Stecklinge besessen, dafür ein Strafverfahren gehabt oder ein Bußgeld zahlen sollen, was auch immer. Meldet euch bei uns. Unserer Meinung nach ist das legal und die haben euch dafür nicht zu verfolgen. Letzte Anmerkung in der Vorbemerkung. Demos stehen jetzt unmittelbar bevor. Wenn ihr jetzt gerade Samstagmittag habt sozusagen und die HV-News anfangt und in Berlin und Umgebung seid, drückt auf Pause. Aber auch in anderen Städten. Es gibt noch einige andere Städte, wo morgen Aktionen sind. Geht erstmal dahin. 420 Day ist morgen der internationale Kieferfeiertag. Unter anderem in Berlin ist da das größte Event sicherlich mit diversen Rappern und Richter Müller am Brandenburger Tor. Und es gibt noch ein paar andere Städte, wo 420 Aktionen sind, wo ich auch nachher in den Terminen nochmal drauf eingehe. Bleibt also dran bis zu den Terminen und geht dann dahin. Und dann haben wir auch noch die Demonstrationen zum Global Marihuana-Marsch Anfang Mai. Auch die will ich hier schon mal erwähnen. Die kommen auch gleich nochmal in den Terminen. Da ist eigentlich für jeden in Deutschland was dabei. Fast alle am ersten Samstag im Mai. Ich glaube, einen Nachzügler gibt es im Ruhrgebiet, der eine Woche später stattfindet. Aber die allermeisten Anfang Mai auch da. Könnt ihr auch mal direkt zu den Terminen rüberklicken. Ja, ihr habt ja diese Sprungmarken. Und dann wieder zurückspringen, wie ihr wollt. Wir wollen jetzt mal gucken, ob ihr da eine Demo bei euch in der Nähe habt. Gerne ein bisschen vorplanen, schon mal einen Termin eintragen, damit ihr euch da dann nicht überrascht werdet davon, dass es jetzt dann schon soweit ist. Damit ihr auf jeden Fall Zeit habt dann. Weil es gibt noch viel zu demonstrieren. Auch dazu kommt jetzt noch einiges. So, der erste Punkt, wieso viel zu tun war, ist der, dass es jetzt einen Gesetzentwurf gibt, einen geleakten, sozusagen nicht ganz offiziell vom Ministerium rausgegeben, zum Thema CRC-Grenzwert. Und es ist auch kein Gesetz, das von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht wird, sondern es ist eine Formulierungshilfe für ein Gesetz, das der Bundestag selbst einbringen soll. Ja, ich nehme euch ja hier mit und alle möglichen parlamentarischen Verfahren lernen selber noch ein bisschen was dazu dabei. Und ihr lernt, viele von euch lernen was dazu, wie das überhaupt alles funktioniert. Und in dem Fall, zum ersten Mal jetzt hier in unserem ganzen Cannabis-Gesetz, Klimbim, ist es so, dass tatsächlich die Politik selbst dieses Gesetz einbringen soll, zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und auch noch diverse andere Gesetze, die dann da dranhängen, Vererlaubnisverordnung auch und so weiter. Und das soll das der Bundestag selbst machen, also der Verkehrsausschuss. Aber er kriegt eben eine Formulierungshilfe dafür. Das Verkehrsministerium hat einen Vorschlag dafür gemacht, was jetzt der Ausschuss da verabschieden könnte. Und dieses Gesetzesvorschlags-Dingsbums ist gelegt worden. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und es ging also vorwärts. Ja, wir haben ja letzte Woche noch trenden lassen. Volker am Zug, weil nichts abzusehen war und da noch irgendwelche Statements von der Pressestelle des Verkehrsministeriums da waren, wo gesagt wurde, ja, wir haben das jetzt mal weitergeleitet ans federführende Gesundheitsministerium. Und da klang noch so, als würde das jetzt noch irgendwie ewig dauern, bis sie überhaupt mal erklären, wer überhaupt zuständig ist. Aber offensichtlich ist das jetzt geklärt. Volker hat seinen Formulierungsvorschlag geliefert und zuständig ist offensichtlich nach Absprache der Verkehrsausschuss und dann der Bundestag. Hat vom zeitlichen Ablauf her den Charme, dass es schneller geht. Das ist das sogenannte Eilverfahren, weil in dem Fall die erste Runde Bundesratbeteiligung ausfällt. Beim Cannabis-Gesetz selber war es ja so, Regierungsgesetz, und bevor das im Bundestag kam, ist erst mal an den Bundesrat gegangen, der sechs Wochen Zeit hatte, dazu Stellung zu nehmen. Also eine Verzögerung von anderthalb Monaten, die wir jetzt hier nicht haben, weil wenn der Bundestag das selbst einbringt, fällt diese erste Beteiligungsrunde des Bundesrates aus und es geht dann im Prinzip nur noch im Nachklapp jetzt, wie jetzt hier im März, nochmal auch mit dem Cannabis-Gesetz, dann am Ende nochmal eben durch den Bundesrat. Und dann sollte die Sache auch erledigt sein, wenn die nicht den Vermittlungsausschuss anrufen und so weiter. Wieder dasselbe Spiel. Und in dem Vorschlag steht natürlich drin, 3,5 Nanogramm im Blutserum statt 1 Nanogramm, wie erwartet, wie unumstößig mehr oder weniger, ja, da wird sich nichts dran ändern an dem Vorschlag, auch wenn ihr uns bedrängt die ganze Zeit, ja, von wegen, wir müssen da was tun, das ist viel zu wenig und so weiter. Ich habe schon mal gesagt, da dran wird sich nichts tun. Ja, da können wir uns auf den Kopf stellen, da können wir irgendwie machen, was wir wollen. Wir werden jetzt nicht irgendwie 5 oder 10 Nanogramm durchsetzen, auch wenn wir das natürlich selber gerne hätten. Wir werden das auch in unsere Stellungnahme reinschreiben, dass das ungerecht ist, dass das keine Gleichbehandlung ist mit Alkohol und so weiter. Aber ich sehe keine Chance, da jetzt irgendwie global noch was zu ändern, außer in den Details halt, ja. Also zum Beispiel bei Blutentnahme direkt vor Ort kann man vielleicht nochmal ein Nanogramm mehr durchsetzen. Und es gibt noch ein paar andere Punkte, die da auch sehr entscheidend sind an dem Punkt. Zum Beispiel, was die Schnelltests angeht oder die Frage, wann wird denn von Cannabis-Missbrauch ausgegangen. Dazu steht nämlich auch reinigst in dieser Vorlage. Nicht nur diese 3,5 Nanogramm, die zusammen mit dem Alkohol-Grenzwert-Promille-Wert im Straßenverkehrsgesetz eingebracht werden sollen, sondern auch nochmal die Frage, wann ist denn fehlendes Trennungsvermögen anzunehmen, zum Beispiel, dass doch wieder eine MPU angesetzt wird. Und da ist eine fragwürdige Formulierung mit drin, die im Prinzip, ja, die kann man so interpretieren, dass schon nach erster Auffälligkeit wiederum im Straßenverkehr über 3,5 Nanogramm von fehlendem Trennungsvermögen ausgegangen werden kann. Ja, weil da eben steht, ja, bei Werten, wo man jetzt nicht 100% ausschließen kann oder wo es nicht ganz abwegig ist, dass schon eine Verkehrsbeeinträchtigung vorliegen könnte. Ja, also das sind so ein paar Formulierungen, mit denen ich mich jetzt heute direkt vor dem Dreh noch irgendwie mit Experten unterhalten habe. Und alle sind noch ein bisschen am Sondieren, was bedeutet das jetzt überhaupt? Also ich bin da quasi mitten aus dieser ganzen Recherchegeschichte jetzt rausgerissen, um euch mal was hier zu erzählen und euch da ein bisschen mitzunehmen. Positiv bei der ganzen Sache ist nochmal die Frage des Alkoholverbots für Cannabiskonsumenten, was ja auch in dieser Expertenkommission ja mit vorgebracht worden ist. Da geht es tatsächlich um beides im Blut haben, ja, nicht einfach nur Cannabiskonsument sein, ganz allgemein, zum Beispiel durch Abbauwerte herausgefunden, dass man dann halt niemals Alkohol im Blut haben darf, sondern ich verstehe das jedenfalls jetzt mal so, diese Vorlage, dass nicht beides gleichzeitig im Blut vorhanden sein darf. Und vor allen Dingen ist es dann so, wenn das vorkommt, dass die Strafe erhöht wird, also man zahlt dann höheres Bußgeld und das wartet dann aber auch, ja, und zwar sowieso, wenn man nur über 3,5 Nanogramm ist. Wenn man das nicht ist, ist das auch kein Problem, so verstehe ich das jedenfalls. Das ist noch einigermaßen in Ordnung, ja, da kann man mit leben, weil das muss ja nicht sein, dass man beides gleichzeitig irgendwie auch in Restmengen im Blut hat und dann durch die Gegend fährt. Ja, jedenfalls über 3,5 Nanogramm. Da kann man sich zumindest dran halten, ja, das ist nicht wahnsinnig schön, aber das hätte viel schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Dann, die Cut-Off-Werte sind noch nicht klar, die müssen auch noch geklärt werden für die Speicheltests. Die stehen immerhin drin in der Empfehlung, aber wie ich befürchtet habe, können die nicht im Bundeszentralstraßenverkehrsgesetz festgelegt werden, dass jetzt alle Polizeien in den Bundesländern auf diese Speicheltests umstellen müssen, und zwar mit dem und dem Cut-Off-Wert. Es wird empfohlen, die Bundesanstalt für Straßenwesen soll da nochmal auch detailliertere Empfehlungen zu rausgeben, auch zum Cut-Off-Wert. Auch da werden wir uns nochmal mit einbringen. Und Cut-Off-Wert heißt halt, ab wann im Prinzip diese Speicheltests negativ sind. Ja, also die können ja noch irgendwie den Rest-THC messen, aber trotzdem sagen, okay, das reicht jetzt, das ist in Ordnung so, ja, der ist jetzt negativ. Genug, negativ genug, kann man sagen. Je nachdem, wo eben diese Tests noch ansteigen und wo nicht. Und es geht ja letztendlich darum, dass man feststellt, dass der Konsum lang genug her ist, weil das für die Fahrtauglichkeit auch entscheidend ist und nicht der THC-Wert. Schreiben die auch so rein, so hat die Expertenkommission das ja auch geschrieben. Und in der Kombination 3,5 Nanogramm plus Speicheltests mit vernünftigem Cut-Off-Wert dürften tatsächlich die meisten Leute auf der sicheren Seite sein. Auch jedenfalls sehr viele der regelmäßigen Konsumenten, die aber eben nicht am Tag vor der Fahrt konsumieren, sondern abends vorher. Nicht alle, ja, dafür bräuchte man einen höheren Grenzwert, sehen wir genauso. Aber immerhin ein Riesenfortschritt für das Ganze schon sein. Das Ganze geht also jetzt in den Verkehrsausschuss. Der wird es selber quasi einbringen. Die Fraktionen werden es einbringen. Dann wird immer beraten und beschlossen und so weiter. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, schaut in die Videobeschreibung hier. Ich habe euch den Leak verlinkt. Können euch selber durchkämpfen durch diese ganzen vielen Seiten. Aber einen anderen Punkt habe ich noch zum Thema THC und Straßenverkehr, der jetzt auch diese Woche noch mal relevant geworden ist. Ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen. Die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung grundsätzlich ist ja mit dem Cannabis-Gesetz schon mal durch die Angleichung von Cannabis und Alkohol. Was heißt, nach dem ersten Verstoß ist nicht sofort eine MPU anzuordnen. Wie bei Alkohol auch nicht. Und zwar unabhängig vom THC-Wert, den man hatte. Das hat nichts damit zu tun, ob man über oder unter ein Nanogramm oder drei Nanogramm war. Es gab einen Fall, von dem habe ich letzte Woche schon mal berichtet, elf Nanogramm. Da ist das ganze Verfahren sofort eingestellt worden. Führerschein durfte behalten werden. MPU-Anordnung wurde zurückgezogen. Verfahren aus Bums und erledigt. Darüber habe ich auch noch mal mit Manuel Kran von OnMPU gesprochen, der auch das sehr promotet hat, mir sehr nahegelegt hat. Alle, die nur eine Auffälligkeit hatten und deswegen Ärger haben, noch im laufenden Verfahren oder auch deswegen den Führerschein damals zurückgegeben haben, weil sie die MPU nicht machen wollten oder die den Führerschein entzogen bekommen haben, weil sie die MPU nicht gemacht haben, zum Beispiel nach einmaligem Verstoß. Die können jetzt alle den Führerschein wiedererlangen, wieder beantragen, sollten das tun, weil nach neuer Rechtsüberlage eben ein einzelner Verstoß kein Problem darstellt, dass den Führerschein grundsätzlich gefährdet und auch nicht die Wiedererteilung des Führerscheins infrage stellt. Ja, ihr solltet den Führerschein dann eigentlich einfach wiederkriegen, wenn nur ein Fall in der Akte steht. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, Manuel macht dazu auch noch mal ein eigenes Short-Video oder irgendwas in der Art, was ich dann verlinken kann. Guckt euch gerne auch die langen Videos an. Er hat auch so ein paar Frage-Antwort-Videos, aber so zwei Stunden-Bretter, wo ich nicht jetzt eine konkrete Stelle irgendwie für diesen Aspekt raussuchen will oder kann. Aber ja, sicherlich interessante Videos. Und wir haben nächste Woche noch mal ein Video mit Rechtsanwalt Oliver Rabatt, der sich auch auf die ganze Führerscheinsache konzentriert hat. Und das ist kein Livestream, aber da werden wir auch alle möglichen Fragen mit Oliver Rabatt noch mal besprechen. Und das dann nächste Woche online bringen. Also liked diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das auf jeden Fall nicht verpasst, wenn dieses Gespräch online geht. So, das ist jetzt erstmal alles, was mir zum Führerschein spontan einfällt. Ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, da irgendwie alles fürchterlich im Detail auszuarbeiten, weil es kommt noch viel mehr. Ja, werdet ihr auch noch sehen. Und zwar der nächste Punkt. Jetzt geht gleich in dieselbe Richtung. Und nochmal so ein Papierwust mit neuem Gesetzänderungsvorschlag. Und zwar geht es diesmal um die Umsetzung der Protokollnotiz, die Karl Lauterbach abgegeben hat beim Bundesrat. Der hat ja kurz vor der Entscheidung im Bundesrat, als das Cannabis-Gesetz dann zum Glück gerade so durchgegangen ist, nochmal mit einer Protokollnotiz nachgeholfen und gesagt und versprochen quasi, da hat nochmal ein paar Änderungen am Cannabis-Gesetz durchgeführt werden, die auch zum 1.7. in Kraft treten sollen, also bevor die ganzen Regelungen für die Cannabis-Anbauvereine in Kraft treten. Deswegen muss das jetzt auch schnell gehen und deswegen ist es wieder das gleiche Verfahren. Es ist eine Formulierungshilfe an den Gesundheitsausschuss. In dem Fall ist auch gerade frisch geleakt worden, auch jetzt heute im Prinzip öffentlich geworden, heute vor der Sendung alles gelesen. Ja, also das sind auch zig Seiten irgendwie Gesetzänderungs-Kauderwelt, bla bla. Wieder im Schnellverfahren, also so, dass eben zum 1.7. in Kraft treten kann. Damals, als die Protokollnotiz kam, habe ich hier schon mal berichtet, was da so alles drin stand und das steht jetzt eben auch in diesem Formulierungsvorschlag drin. Ein paar Sachen davon sind relativ unproblematisch, irgendwelche Präventionsbemühungen, wo die BZGA noch mal was machen muss, wo es noch mal ein bisschen Geld für geben muss, wo es auch keine Gesetzänderung unbedingt für nötig ist. Aber im Zusammenhang mit den Anbau-Clubs gibt es da noch ein paar Punkte, die wirklich durchaus relevant sind und das sind insbesondere zwei. Ein Punkt ist der, dass nach dem jetzt geltenden Cannabis-Gesetz die Anbauvereine, mehrere Anbauvereine an einem Standort ihren Anbau durchführen dürfen. Ja, also was eben auch möglich machen würde, dass jemand, ein Besitzer von irgendeiner riesen Fabrikeinheit oder irgend so hat, verschiedene Einheiten, verschiedene Räume oder verschiedene abgetrennte Bereiche an verschiedene Anbauvereine vermietet, wo die dann eben tätig sein können. Das soll eingeschränkt werden, leider. Das sind beides, also dieser und der nächste Punkt sind eben Sachen, die wirklich den Anbauvereinen die Sache auch wirklich schwerer machen. Wobei dieses Verbot, alles an einem Standort zu machen, optional ist für die Landesbehörden, die ja überwiegend noch bestimmt werden müssen. Ja, das ist ja die Sache, wo die Bundesländer gerade dran sitzen, dass sie jetzt sagen müssen, okay, wo ist überhaupt unsere für die Anbau-Clubs zuständige Behörde angesiedelt? Wo ist das Personal dafür? Ja, haben die schon Telefon, haben die einen Computer und so weiter? Aber die müssen auch alle möglichen Detailansagen noch machen, ja, wie sie das gerne hätten mit den Anbau-Clubs, die eben nicht im Gesetz drinstehen und die haben jetzt eben auch die Möglichkeit da noch zu sagen, okay, wir verbieten viele Anbauvereine an einem Standort. Müssen sie aber nicht, ja, also das ist jetzt ein Punkt, der dann in jedem Busstand wieder einzeln ausgehandelt werden muss, ob die zuständige Behörde diese Einschränkung macht oder nicht macht. Wenn das gemacht wird, ist es natürlich umso schwerer dann überhaupt für Anbau-Clubs Standorte zu finden und es ist natürlich auch für Anbieter schwieriger, den eben den Anbau, mehreren Anbauvereinen an einem Standort die Möglichkeit zu bieten, da anzubauen. Der nächste Punkt geht in eine ähnliche Richtung und zwar soll es nicht möglich sein, dass mehrere Dienstleistungen von einem Anbieter den Anbauvereinen angeboten werden können. Die Begründung dafür ist offiziell, dass man ein nicht kommerzielles System haben will und ja, die Systemanbieter, die im Prinzip einen fertig eingerichteten Grobraum anbieten, also mit Lampen, Lüftung, bla bla, Schnickschnack, Strom und so weiter, dass das ein kommerzielles Angebot ist rund um die Anbauvereine und dieses Gesamtpaket aus einer Hand soll halt verhindert werden und das ist nicht optional, das ist tatsächlich nach diesem Gesetzvorschlag verboten, da haben die Länder keinen Ermessensspielraum. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, tatsächlich, das erschwert den CST-Betreibern, dem Betrieb enorm, die können sich jedenfalls, wenn sie das bisher vorhatten, nicht auf einen Gesamtanbieter verlassen, der ihnen da so ein bisschen den Weg freimacht, was diese ganzen futzligen Kleinkramsachen irgendwie angeht. Das ist auch von der Finanzierung her dann schwieriger, wenn man ja dann im Zweifelsfall selber Equipment kaufen muss oder so oder eben alles mit unterschiedlichen Anbietern irgendwie regeln muss. Ich glaube zwar, dass man da dann eben auch, dass dann ein Systemanbieter eben sagen muss, okay, naja, ich bin nur ein Berater und ihr müsst dann halt die ganzen Einzelverträge machen, aber hier habt da zehn einzelne Verträge mit Stromanbieter, mit Vermieter, mit Berater, mit allem Möglichen. Ist viel mehr Aufwand letztendlich, wird zu mehr Kosten führen, wird zu mehr Bürokratie führen und so weiter. Ist vielleicht noch irgendwie handelbar, aber auf jeden Fall ein nerviges Problem, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht in dem ganzen Zusammenhang. Und nicht kommerziell ist es ja auch nicht, wie die Begründung da sagt, von wegen, wir wollen den Kommerz verhindern, dass Leute an Geld verdienen. Ja, ob jetzt nur einer, ein Anbieter irgendwie an zehn Dienstleistungen Geld verdient oder zehn Dienstleister an derselben Dienstleistung Geld verdienen, ja, was soll jetzt da dann weniger kommerziell sein? Das ist wieder mal Blödsinn. Irgendwie, das ist so ein Signalquatsch irgendwie, was der Lauterbach da angesagt hat, damit Sachsens Gesundheitsministerin von der SPD dem Gesetz zustimmt. Ja, das ist einfach Blödsinn. Aber es ist noch ein Aspekt drin, der bisher im Zusammenhang mit dieser Protokollnotiz gar nicht wahrgenommen worden ist, wo den wir auch nicht auf dem Schirm hatten, der auch, glaube ich, so gar nicht da drin stand. Nämlich, dass Angestellte der Anbauvereine nicht für verschiedene Dinge zuständig sein dürfen. Im Gesetz selber steht ja nur drin, dass bei den anbaunahen Tätigkeiten im Verein nur Minijobber tätig sein dürfen. Alles andere sind auch Vollzeitbeschäftigte denkbar, was da eben auch dazu führt, okay, ich kann mir wenigstens eine Hauptperson, die da wirklich Vollzeitbeschäftigt ist, ranholen, die vielleicht Mitgliederverwaltung macht, Hausmeisterservice, Vertragsangelegenheiten, Materialbestellungen und die Meldungen an die Behörden oder so. Und dann kann aber sein, dass dann die zuständige Behörde sagt, Moment mal, das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche. Hausmeisterarbeit ist was ganz anderes als Mitgliederverwaltung. Das geht nicht. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenproblem irgendwie, was wieder zusätzlich irgendwie den Vereinen Stöcke zwischen die Beine wirft, dass sie sich einfach nicht sinnvoll schlank organisieren können und zumindest eine Person mal anstellen können in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, die davon lebt und die sich hauptamtlich irgendwie um diesen Verein kümmert. Also völlig bekloppt wieder mal das Ganze. Wir werden natürlich auch in der Stellungnahme dann entsprechend nochmal auch zu dem Punkt jetzt, wieder so ein To-Do auf der Liste dem Gesundheitsausschuss schreiben, dass wir das für unsinnig halten. Die wollen ja selber irgendwie, dass möglichst viele Vereine gibt, um den Schwarzmarkt zurückzudrängen und damit sorgen sie wahrscheinlich dafür, dass es wieder ein paar weniger Vereine gibt, weil denen das alles zu blöd ist. Ja, auch dieses Ding verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich habe auch die letzten, vielleicht vor zwei Wochen schon gesagt, dass ich noch dem Bundeskleinengartenverband schreiben möchte, dass es möglich ist, laut Cannabisgesetz in den Kleingärten Cannabis anzubauen, weil die gesagt haben, das geht nicht, laut Gesetz. Habe ich immer noch nicht geschafft, das zu schreiben, weil irgendwie hier alles über uns zusammenbricht ja an allen möglichen Fronten. Aber die Recherche dafür habe ich immerhin jetzt geschafft heute und nochmal nachgeguckt und bin mir jetzt bombensicher, ich halte das für eine vollkommen klare Angelegenheit, dass der Anbau in meinem privaten Kleingarten, in meiner Kleingartenanlage möglich ist und erlaubt ist. Konkret steht das so drin in der Erläuterung des Kabinettsentwurfs. Das ist ja der letzte Gesetzentwurf, den also das Kabinett in den Bundestag eingebracht hat, wo diese ausführliche Erläuterung noch mit drinsteht. Die ist auch relevant bei der Auslegung von Gesetzen üblicherweise und das in Kombination damit, dass sich sowohl in Paragraf 1 Konsum-Kannabis-Gesetz die Definition von privater Eigenanbau am eigenen Wohnsitz nicht geändert hat, wozu diese Kommentierung dann eben drin stand, also Kleingarten ist in Ordnung und auch beim Paragraf 9 zum Thema privater Eigenanbau sich nichts geändert hat. Das ist genau derselbe Text, der jetzt beschlossen worden ist vom Bundestag wie der, der vom Kabinett eingebracht worden ist und wo klar kommentiert worden ist, Kleingarten gehört mit zur Wohnung. Und zwar nicht nur Kleingarten, wie ich es nebenbei erwähnt, sondern alles, was irgendwie zum privaten Lebensbereich dazugehört, an auch externen, wohnungsexternen Freizeitgrundstücken. Viele haben ja irgendwo ein kleines Grundstück vielleicht mit einer Hütte drauf oder so am See oder sonst irgendwo im Wald oder was für sich gemietet, wo sie nicht den Regeln des Bundes-Kleingartengesetzes unterliegen und eben nicht in so einer Kleingartenanlage sind, sondern halt irgendein Freizeitgrundstück. Hauptsache, da ist ein Zaun drum, Hauptsache, das ist nicht öffentlich zugänglich und euer privater Lebensbereich sozusagen, dann dürft ihr dann anbauen nach Konsum-Kannabis-Gesetz. So, jetzt fehlt noch der Brief an den Bundesverband der Kleingärtner. Jetzt habt ihr von mir aber nochmal gehört, warum das Ganze legal ist. Nächster Punkt. Jetzt geht es wieder um die Frage, wie reagieren die ganzen Bundesländer und dieser Nachrichten-Wahnsinn, der da gerade irgendwie abläuft, kann man unmöglich alles lesen, jedenfalls ich nicht, wenn ich gleichzeitig alles Mögliche machen muss und organisieren muss und so weiter oder wir halt insgesamt beim Handverband. Da gibt es wieder jede Menge Nachrichten, vor allem Bayern. Bayern ist voll am Rad am Drehen irgendwie, inklusive Söder, die totalen Verbieter Rietjes da jetzt gerade haben und hier verboten und da verboten. Letztes Mal habe ich schon erwähnt, das Verbot von Cannabis auf Volksfesten. Dazu kam jetzt von mir auch nochmal ein Beitrag bei WDR Lokalzeit Ruhr zum Verbot von Cannabis auf der Essener Kirmes, aber das greift jetzt halt um sich und Bayern und Bayern will jetzt auch zusätzlich nachschärfen und mit einer landesweiten Verordnung den Konsum in Biergärten zum Beispiel komplett verbieten und auch noch auf allen möglichen öffentlichen Flächen, Parks und so weiter und das halte ich für fragwürdig. Auch so ein Punkt wo immer alle sagen, warum seid ihr eigentlich schon längst am Klagen dagegen und so weiter. Aber es gibt ja noch gar nichts zum Klagen. Da haben auch manche Zeitungen schon ein bisschen voreilig getitelt von wegen dieser Plan zum Beispiel der Stadt München sich gegen dieses ganze Verbot zu wehren ist damit erledigt. Damit werden sich nicht mehr wehren können. Aber erledigt wäre das ja erst wenn das Gesetz in Kraft getreten ist oder diese Verordnung und die ist ja weit und breit noch gar nicht zu sehen. Das ist ja nur eine Ankündigung. Ist noch gar nichts erledigt. Und Bayern hat es ja auch mit Ankündiger Ritis. Die haben auch schon zweimal angekündigt, die würden vor Gericht dagegen vorgehen, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist und haben es dann wieder zurückgezogen und haben das doch nicht gemacht, weil sie dann doch zur Einschätzung gekommen sind, naja, nee, eigentlich ist das Quatsch und wir haben keine Chance damit durchzukommen. Oder sie wollten da nochmal klagen, dass das jetzt irgendwie von der EU her nicht geht. Das hat Cannabis-Gesetz immer noch gegen EU-Recht verstößt. Haben sie auch wieder einen Rückzieher gemacht und ich rechne auch damit, dass sie mit dieser Androhung in allen Biergärten in Bayern Cannabiskonsum zu verbieten, wieder einen Rückzieher machen. Ja, das will ich erst mal sehen, dass das wirklich bringen, weil ich annehme, dass die selber zum Ergebnis kommen, dass das rechtswidrig ist. Die können das Cannabis-Gesetz auslegen an bestimmten Punkten. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass der Bußgeld-Katalog, den die gebracht haben, erstmal grundsätzlich nicht rechtswidrig ist, also zumindest, dass sie überhaupt so einen Katalog machen. Vielleicht könnte man mit Verhältnismäßigkeit arbeiten, aber auch das bezweifle ich. Also da sind sie im Rahmen des Cannabis-Gesetzes, das ja ein Bußgeld bis zu 30.000 Euro ansagt, ja, wo sie dann irgendwie sich eingeordnet haben für bestimmte Dinge. Aber den Konsum an bestimmten Stellen zu verbieten, über das Cannabis-Gesetz hinaus, das ist meiner Meinung nach nicht möglich im Rahmen einer Landesverordnung, zum Beispiel eben Biergärten den Konsum grundsätzlich zu verbieten, obwohl zum Beispiel auch Tabak da geraucht werden darf, auch wenn keine Kinder in der Nähe sind und so weiter. Das ist eine Frage von Hausrecht letztendlich, das kann der Inhaber eines Cafés, wir in Bayern sind alle Cafés, Biergärten, kann das selber entscheiden, ja, mit Hausrecht. Deswegen, also zumindest berufen sich auch auf Hausrecht ja die Betreiber von Kürzungsveranstaltungen, Schützenfesten und so weiter, dass sie Hausrecht haben und im Rahmen dieses Hausrechts eben da auch den Konsum verbieten können. Nur kann eben Bayern nicht mit einer Landesverordnung denen, die das Hausrecht haben, vorschreiben, was sie zu tun haben, ja, weil das über das Cannabis-Gesetz hinausgeht. Meiner Meinung nach jedenfalls ist das so. Ich kann immer nur sagen, ja, ich bin ja auch kein Jurist, sondern ein gut informierter Bürger sozusagen, ein extrem gut informierter Bürger vielleicht, aber ich kann mich da auch mal irren. Nur meine erste Einschätzung ist, dass ich nicht glaube, dass das geht, über das Cannabis-Gesetz hinaus noch weitere Vorschriften zu machen, wo Cannabiskonsum überall verboten ist. Aber egal, ja, Nachricht, Bayern dreht am Rad und dazu gehört auch, dass auch Hamburg am Rad dreht, ja, da hatten wir auch zuletzt viele Landespolitiker angeschrieben, außerhalb von Bayern, dass sie bitte nicht dem Beispiel Bayern folgen sollen und da so extrem hohe Bußgelder einführen sollen. Hamburg zieht aber nach. Hamburg hat ja auch so einen verrückten Innensenator von der SPD in dem Fall, ja, auch so einen Hardcore-Typ, der irgendwie alle für alles tierisch bestrafen will und so, gerade wenn es um Cannabis geht. Und der hat jetzt im Prinzip einen Entwurf vorgelegt, da für so einen Bußgeldkatalog, der dem Bayerischen sehr ähnlich ist und genauso hart ist. Und dann kam noch eine Nachricht aus Hessen, die auch jetzt planen, bei allen möglichen Großveranstaltungen und so weiter, Cannabis-Verbotszonen einzurichten. Na, also da geht jetzt das Geziehe um die Interpretation des Gesetzes und wo jetzt die Länder noch besonders restriktiv sein dürfen und wo sie nicht dürfen und so weiter, ist in vollem Gange. Dazu jeweils Presseberichte in der Videobeschreibung. Dann noch ein super interessanter Aspekt, Wiederlesen von mehreren juristischen Stellungnahmen, auch in dem Zusammenhang Hanfsamen und Stecklingen. Und das ist jetzt für euch vielleicht sogar das spannendste Thema der Woche jetzt gerade, abgesehen bestimmt vom Führerschein-Ding. Aber das Führerschein-Ding ist noch nicht rechtskräftig und hier geht es tatsächlich auch wieder um eine Auslegungsfrage des Cannabis-Gesetzes für die Frage wer darf Hanfsamen verkaufen und wer darf Stecklinge verkaufen und wie viele Stecklinge darf ich besitzen. Das hängt damit zusammen, dass das ein bisschen erstmal verwirrend ist, weil das Cannabis-Gesetz bestimmte Dinge positiv nennt, die erlaubt sind. Ganz konkret, man darf als, wenn man selbst anbauen will, im EU-Ausland Hanfsamen bestellen und zweitens die Anbauvereine ab dem zweiten Halbjahr dürfen abgeben Stecklinge und Samen in einer bestimmten Anzahl. Woraus man erstmal schließt, alle anderen dürfen das nicht. So war das jetzt bisher in der öffentlichen Diskussion gesetzt. Scheinbar will das Cannabis-Gesetz nicht, dass normale Händler in Deutschland, deutsche Händler an deutsche Kunden Hanfsamen verkaufen und schon mal gar nicht Stecklinge. Weil eben andere Bezugswege konkret genannt sind. Aber tatsächlich, habe ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt, jedenfalls was die Samen angeht, findet man eigentlich kein vernünftiges Verbot, Hanfsamen in Deutschland an deutsche Kunden zu verkaufen. Gibt es nicht. Und das hat sich jetzt noch mal bestätigt durch mehrere Stellungnahmen. Eine ist vom Bundesverband der Cannabis Wirtschaft BVCW. Das Ding habe ich euch verlinkt. Das ist eine sehr schöne Auseinandersetzung zu dem Thema. die hat noch mal genau auseinander dröselt, warum jetzt eben kein Hanfsamenverbot im Cannabis-Gesetz drinsteht. Also auch kein Verbot des Verkaufs, kommerziellen Verkaufs von Hanfsamen in Deutschland. Und dann gibt es noch ein weiteres Gutachten, das uns vorliegt, das bisher nicht öffentlich erreichbar ist sozusagen, aber aus dem ich zitieren darf sozusagen oder referieren darf, nämlich von Rechtsanwalt Kai-Friedrich Niermann, ein Spezialistenanwalt für diese ganzen Hanf-Wirtschaftsfragen im Auftrag von Dirk Groschoff, unserem Diamantsponsor, der da mal vorgeprescht ist und dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und auch das kommt zum Ergebnis, der Vertrieb von Cannabis-Samen in Deutschland ist legal. Und zwar auch unabhängig von den CSCs. Das tun auch schon einige, also die Samenverkäufer schießen wie Pilze aus dem Boden, aber auch die Stecklingsverkäufer und das ist jetzt der nächste interessante Punkt, das wird in dem BVCW-Papier jetzt nicht so auseinander gedröselt, aber in dem Papier von Kai Niermann für Dirk Groschoff, wo eigentlich auch klar wird, auch der Verkauf in Deutschland von Stecklingen ist vollkommen legal, weil Stecklinge nicht zu Cannabis dazu definiert sind, das ist also eine Definitionsfrage, Stecklinge sind Vermehrungsmaterial und Vermehrungsmaterial unterliegt nicht der Obergrenze übrigens, deswegen wird es auch für Gore so interessant, ihr könnt ja nur drei Hanfpflanzen anbauen zu Hause, dieses Limit ist ja gesetzt, aber unter Hanfpflanze wird eigentlich genau betrachtet und liest nur definiert blühende Hanfpflanzen, alle anderen sind Vermehrungsmaterial im Prinzip Jungpflanzen, Stecklinge, wie auch immer, die nicht dieser Obergrenze unterliegen und damit kann man drei weibliche blühende Hanfpflanzen anbauen plus 20 Stecklinge oder was, also das ist ein richtiger Gamechanger, man kann immer nur drei in Blüte schicken, aber nach produzieren sozusagen kann man viel mehr, das ist natürlich ein riesen Fortschritt sozusagen in der Denke, im Planen und Handeln und so weiter für alle, die jetzt Eigenanbau betreiben, vor allen Dingen Indoor, ja, das ist natürlich auch nochmal wichtig, Outdoor sind natürlich trotzdem gewisse Grenzen gesetzt, was drei gleichzeitig blühende Pflanzen angeht und dann ist ja auch irgendwann vorbei mit Anbauerei Outdoor, aber trotzdem große Sache und mit der gleichen Begründung ist auch der Handel mit Stecklingen in Deutschland nach diesem Gutachten jedenfalls erlaubt. Auch die Produktion von Stecklingen in Deutschland wäre demnach erlaubt, nur nicht die Produktion von Samen, weil die blühende Pflanzen notwendig machen, die nicht kommerziell möglich sind anzubauen. Samen müssten also dann entsprechend importiert werden. Aber Stecklinge dürfen auch in Deutschland kommerziell produziert werden von Unternehmen und verkauft werden von Shops. Jedenfalls so die Einschätzung dieses Gutachtens, auch unsere Einschätzung beim Handverband, wir haben uns damit auch intensiv befasst und auch überall im Cannabis-Gesetz gesucht, ob da irgendwie sich ein Verbot von Stecklingen zusammenreimen lässt, aber ist nicht. Also so wie das Gesetz zu lesen ist, ziemlich eindeutig, sind Stecklinge nicht begrenzt in der Zahl, die man besitzen darf, verhandeln darf und so weiter und so fort. Nochmal der Hinweis, ich bin kein Jurist, das hier ist keine Rechtsberatung, ihr könnt euch nicht darauf berufen, falls doch irgendwie ein Strafverfahren deswegen kommt, in dem Zusammenhang, dass der Georg das in der V-News gesagt hat, aber ihr könnt euch bei uns melden, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, wenn ihr irgendwie Ärger habt, ein Strafverfahren wegen Besitz von Stecklingen, Einfuhr von Stecklingen oder auch meinetwegen Verkauf von Samen und Stecklingen, meldet euch bei uns und wir gucken, was wir da juristisch machen können. Zumindest so viel Zusage kann ich euch machen, dann klären wir das vor Gericht. Und wir sind auf jeden Fall der Meinung, diese Gutachten haben Hand und Fuß und das ist so. Stecklinge gehören nicht zu Cannabis, sind keiner Einschränkung unterliegend. So wie in Österreich, genau dasselbe Spiel, da werden ja auch Stecklinge ganz normal verkauft, schon seit vielen Jahren in großem Umfang, die dürfen nur nicht blühen. Und so darf natürlich auch der kommerzielle Verkauf nur für den legalen Eigenanbau passieren. Der Hinweis sollte dann schon auch mitgegeben werden, sozusagen von den Verkäufern, nicht an Jugendliche abgeben. Ja, ein paar andere Feinheiten sozusagen. Die Mengenbegrenzung der Abgabe in den CSC sollte man vielleicht auch einhalten. Da ist ja definiert im Cannabis-Gesetz, wie viel Stecklinge und Samen die CSCs abgeben dürfen. Daran sollten sich vorsichtshalber die Händler auch halten, nicht an Jugendliche abgeben. Und fertig. Es sind schon spannende neue Zeiten in Deutschland. Das wird wirklich ein blühendes Business werden, diese ganze Eigenanbaugeschichte und alles, was damit zusammenhängt. Dann weiter geht's mit Interpretation des Cannabis-Gesetzes und der Frage der nicht geringen Menge. Da haben wir auch kritisiert, dass die nicht geringe Menge auch im Cannabis-Gesetz wieder aufgetaucht ist. Die ist ja auch Teil des Betäubungsgesetzes, wo sie bedeutet, dass die nächste Strafverschärfungsstufe zündet. Ja, ab da ist man im Bereich eines schweren Verbrechens, was auf jeden Fall mit Gefängnisstrafe bedroht ist. Und das ist leider auch wieder im Cannabis-Gesetz so, wo wir gesagt haben, also das ist Quatsch, also egal, wie viel Gras man da vertickt, irgendwie auch auf dem illegalen Schwarzmarkt, so schrecklich gefährlich ist das nicht, dass man deswegen jetzt so einen Verbrechenstatbestand da reinnehmen muss. Ja, das ist ja normal auch schon verboten, auch so schon mit Strafe bedroht und kann man auch so schon Gefängnis verkriegen. Ja, das reicht, man braucht keine nicht geringe Menge. Aber es steht wieder drin im Gesetz und auch nicht definiert, was wir auch kritisiert haben. Ja, dazu haben wir wenigstens sagen wollen, okay, dann sind es halt jetzt 100 Gramm reines THC, meinetwegen. Bisher ist das nur von Gerichten festgelegt worden, wie viel THC eine nicht geringe Menge ist, nämlich genau 7,5 Gramm, was man relativ schnell erreichen kann. Unter anderem auch, indem ich mir 50 Gramm Hasch aus dem CSC hole oder starkes Gras, dann bin ich schon über 7,5 Gramm THC und bin im illegalen Verbrechenstatbestand unterwegs irgendwie, wenn ich die dann zu Hause liegen habe. Das ist also völliger Humbug mit den 7,5 Gramm, die überhaupt nicht kompatibel sind mit dem Cannabis-Gesetz. Trotzdem haben sie nichts reingeschrieben und haben gesagt, das müssen dann die Gerichte halt klären. Da waren sie zu feige, einen vernünftigen Wert reinzuschreiben, weil das dann nach so viel legalem Gras klingt, nehme ich an. Also wieder mal so, ne, jetzt schreiben wir jetzt besser nicht rein, ne, ne, ne. Das ist doch ein Punkt auch, wo man verstehen kann, dass der Richterbund sauer ist auf dieses Gesetz, weil da so viel ungeregelter Kram drinsteht, mit dem die sich jetzt befassen müssen. Und das passiert halt gerade. Wir haben Nachrichten reingekriegt über zwei Urteile. Eins vom Amtsgericht Mannheim, ein Schöpfen-Gerichtsurteil, wo die nicht geringe Menge bei 75 Gramm THC festgelegt worden ist. Also die zehnfache Menge des bisherigen Wertes. Und ein Urteil vom Oberlandesgericht in Hamburg, das gesagt hat, wir sehen gar keinen Änderungsbedarf, das kann ruhig bei 7,5 Gramm THC bleiben, wie es immer schon in den letzten 20 Jahren gewesen ist und von obersten Gerichten festgelegt worden ist. Und genau das war eben zu befürchten. Ja, dass am Ende das ewig dauert oder gar nicht passiert, dass die Gerichte sich auf irgendwas einigen letztendlich oder irgendeinen höheren Grenzwert überhaupt festlegen. Es könnte theoretisch auch sein, dass jetzt die nächsten 20 Jahre weiterhin 7,5 Gramm THC festgelegt werden, weil der Gesetzgeber halt versäumt hat, das vernünftig zu regeln und weil die Berechnungsformel der Gerichte sich da nicht groß geändert hat. Trotzdem natürlich ein gutes Signal, dass wenigstens in Mannheim, da jetzt doch ein Gericht vorwärts gegangen ist, Strafverteidiger Welke hat das veröffentlicht und das Gericht davon überzeugt, eben diese 75 Gramm anzusetzen. Also dynamische Nachrichtenlage hier. Ja. Dann nochmal eine Auslandsnachricht. Habe ich hier so ähnlich auch schon mal vorgetragen. Amsterdams Bürgermeisterin Halsema hat wieder nachgelegt und die Legalisierung von Kokain und Ecstasy gefordert. Auch nochmal im internationalen Bereich. Hat sie schon mal gemacht. Da hat sie jetzt nochmal drauf verwiesen. Die haben ja Kriminalitätsprobleme in den Niederlanden, insbesondere mit Kokain, aber auch mit der Produktion von synthetischen Substanzen. Und die hat nochmal genau in dieselbe Kerbe gehauen wie ich. Hat explizit zurückgewiesen diese Behauptungen, dass die Kriminalitätsprobleme besonders mit den Coffeeshops in Holland zusammenhängen würden. Was viele in Deutschland ständig behaupten. Zum Beispiel Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, der immer sagt, wenn wir jetzt Cannabis legalisieren, kriegen wir holländische Verhältnisse oder wenn wir entkriminalisieren. Aber das ist halt Quatsch. Die haben zwar auch einen Schwarzmarkt für Cannabis in den Niederlanden, weil sie eben genauso wenig wie wir diese Produktion und den Großhandel reguliert haben, aber die haben nicht mehr davon als wir, die haben genauso viel wie wir. Schwarzmarkt, Schwarzmarkt, fertig. Während sie ja gleichzeitig eben auch jetzt schon die Modellprojekte laufen haben zur legalen Belieferung und legalen Produktion für die Coffeeshops, wo wir noch nicht angekommen sind, weil die eben selber sagen, okay, wir brauchen mehr Regulierung, natürlich, nicht weniger. Aber das ist jetzt jedenfalls kein größeres Problem als in Deutschland und das sagt sie auch nochmal ganz explizit, wir haben die Probleme, weil wir eben ein traditioneller Handelsstandort sind, das ist eine Welthandelsnation, die Niederlande und haben auch mit Rotterdam einen der größten Häfen in Europa, wo eben der ganze Koks von Südamerika reinkommt, mit riesigen Gewinnspann und was da natürlich die Kriminellen anfüllt hat ohne Ende. Belgien hat ja das gleiche Problem mit dem Hafen in Anwerpen, die keine Coffeeshops haben und trotzdem haben sie irgendwie Banden, die irgendwie da Mord und Totschlag betreiben und das hat tatsächlich nochmal schön auf den Punkt gebracht und nochmal die Diskussion angeheizt, wir müssen über Regulierung auch bei anderen Substanzen nachdenken und das wollte ich hier nicht verheimlichen, mal wieder einen Blick über den Tellerrand. Ortsgruppenfunk geht schnell heute, wir haben ein paar Bilder reinbekommen vom Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg, immer fleißig da im Südwesten unterwegs, die Kollegas, schöne Grüße, weiter so, immer dann bleiben und dann sind wir auch schon bei jede Menge Terminen, habe ich ja gesagt, Demo-Saison steht vor der Tür, aber erstmal noch ein Treffen, offener Hanftisch der Ortsgruppe Darmstadt am 19.4. und gleich nochmal Darmstadt am 20.4. Normales Treffen der Ortsgruppe, vielleicht da zum Unterschied nochmal der offene Hanftisch, das machen die Rhein-Neckar-Leute auch so, da wird ohne Tagesordnung ein bisschen gequatscht, da im Restaurant sitzt man nett beisammen und quatscht über alles Mögliche und lernt sich kennen und so weiter, während die normalen Treffen Tagesordnung haben, da wird organisiert und gemacht und getan und produktiv geseint wird da am 20.4. in Darmstadt. Dann der 420 Day, 20.4. Wir haben jetzt ein paar 420 Events hintereinander weg und zwar haben wir da erstmal den in Berlin, das geht hier nach Uhrzeit und nach dem, wie es auf unserer Seite aufgelistet ist, Brandenburger Tor ab 14 Uhr, habe ich schon erwähnt, Rapper, Richter Müller, ich bin auch mal da, ein paar andere Leutchen vom Handverband und bestimmt jede Menge Leute. Aber jetzt schon wieder Darmstadt, deswegen sage ich das so mit der Reihenfolge, ich hätte auch dreimal hintereinander Darmstadt sagen können, aber ja, die haben auch am 20.4. auch noch eine 420 Sesh, Sesh ist doch komisches Neumodisches Wort für Oldschool Session, auf jeden Fall Darmstadt 420 auch dabei, in Stuttgart ist auch eine 420 Sesh am 20.4. auf 14 Uhr, dann in Hannover haben wir The Big 420 Party am 20.4. um 15 Uhr, in Laufen haben wir 420 Grill & Chill der DAV-Ortsgruppe 20.4. Was kann ich DAV-Ortsgruppe Laufen? Haben wir so was? Naja, auf jeden Fall in Laufen Grill & Chill dann noch ein 420 Event in Oldenburg 420 Kiffin im Schlossgarten also massig los viel zu feiern da darf konsumiert werden wunderbar nur nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern und Jugendlichen und nicht in Sichtweite von irgendwelchen Jugendeinrichtungen aber da das keine laufenden Demos sind sondern einen bestimmten Standort haben gehe ich mal davon aus dass alle Veranstalter darauf geachtet haben dass sie nicht in Sichtweite vom Eingang von Kita und Schule und bla bla sind Dann haben wir ein letztes offenes GMM Orga Treffen der DAV-Ortsgruppe in Halle am 24.4. und ein Treffen der Magdeburger Ortsgruppe am 25.4. Da ist mal Sachsen-Anhalt los an den beiden Tagen Dortmund trifft sich die Ortsgruppe in Gründung am 30.4. und dann geht es los mit den ganzen GMM-Terminen in Halle am 4.5. Darmstadt 4.5. Erfurt 4.5. Nürnberg 4.5. Berlin 4.5. Dresden 4.5. Heidelberg 4.5. München 4.5. Regensburg Magdeburg Frankfurt Stuttgart Konstanz Darmstadt alle am 4.5. Global Marihuana Marsch Shops statt Cops ist diesmal das Motto da wird also nicht gefeiert sondern gefordert wieder wir sind noch nicht fertig mit Legalisierung das wollen wir jetzt noch haben Shops wenn wir Shops haben dann wird auch hinter mir Deutschland grün auf dieser Übersichtskarte dafür müssen wir nochmal auf die Straße gehen alle raus auf die Straße Anfang Mai in den genannten Städten und einen Nachzügler haben wir dann noch am 11.5. in Dortmund Shops statt Cops Demo auch in Dortmund 11.5. Das Ganze nochmal in der Übersicht auf gmm-deutschland.de und das war's für heute abonniert den Kanal aktiviert die Glocke damit ihr nächste Woche das Video mit dem Rechtsanwalt Rabatt zum Thema Führerschein seht liked dieses Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend und es war's bis zum Thema Untertitelung des ZDF, 2020